Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schokolade Daily, eure Tagesdosis Angeberwissen. Heute, am 1. August, haben wir das Geburtstagskind des Tages. Ja, wer ist denn das? Yves Saint Laurent. Yves Saint-Penetrant. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent ist ein französischer Modedesigner, nur für dich. Also Parfum gemacht. Auch. Das ist quasi ein Meister der Hot Couture. Hot Couture. Ja, sagt man ja auch so in Frankreich. Ja, die Hot Volée. Hot Volée und Hot Couture. Yves Saint Laurent, heute Geburtstag, 1936 geboren. Nicht mehr unter uns, aber trotzdem alles Gute. Yves Saint Laurent. Yves Saint. Ansonsten war am 1. August noch, ich will dich heute mal mit Wissen zubomben. Ja, Bomben. Am 1. August 1834. 1834. 1834. Wurde im britischen Empire offiziell die Sklaverei beendet, beziehungsweise die Beendigung der Sklaverei wurde rechtswirksam. War ja gut für dich. Ja. Nee, geh ich jetzt. Nein. 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 Also das britische Empire hat ab da nicht mehr Sklaven gehalten. Richtig. Aber Haustiere. Haustiere sind ja nicht verboten im britischen Empire. Ich will jetzt nicht Sklaven mit Haustieren vergleichen. Wir kriegen hier mit dieser Sendung Amnesty International anhalt. Ich wusste, dass du es geschafft hast. Irgendwann hast du es geschafft. Dann kommen hier die GSG 9 rein und überfällt uns während der Sendung. GSG 9, wieso? Wir haben doch keinen entführt. Die machen alles mittlerweile. Da kannst du mal sehen, wie ernst die Sache sind. Kannst du mal sehen, wie unterbeschäftigte sind die GSG 9? Ja, genau. Die machen alles. Ja. Ja, wenn du anrufst, sagst du mal hier, äh, äh, kannst du mal den Boden wischen? Der Nachbar hat den Strafzettel nicht bezahlt. In die Bude rein. Kommt die GSG 9 hier, vermummt hier so. 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 Kommen sie rein. Also, dass man nur so die Augen sieht als Schlitze. Ja, so. Kommen sie rein und machen dann, Hendo! Ja. Wie soll ich das machen? Ich hab doch die Hände vor den Augen. Hast du gerade so gemacht? So, ja. Sieht aus wie so ein super Held für Arme. Ja, genau. Ich hab eine, oh, eine Maske. Ja, das war der 1. August. Ich hätte gern gesagt, hätte Spaß gemacht, aber, ja, GSG 9 kommt gleich. GSG 9 kommt gleich. Ich bin vorbereitet. Tschö. 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 Tschö.